Bevor es los geht, erstmal ein riesen Dankeschön an Epic Games, dass wir dieses Video hier sponsern. Und jetzt viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Kämen und Flexi! Und heute essen wir für 24 Stunden lang nur die Farben, die wir tragen. Unsere 24 Stunden lang Farbe-Essen-Videos kommen so geil bei euch an, dass wir es heute einfach wieder machen. Aus diesem Grund werden wir den Würfel entscheiden lassen, welche Farbe wir heute essen werden. Flexi, deswegen lasst uns keine zwei verschwenden und auf drei den Würfel entscheiden, oder? Oh mein Gott! Eins, zwei, drei! Hey, komm mal raus! Du hast auch raus! Noch raus, das geht doch nicht, Mann! Nee, das geht nicht, das ist doch keine Spannung, zwei Sachen, oh Gott! Das hattest du gerade schon an, Flexi, das geht doch nicht. Drei, zwei, eins! Hey, ich hab Lila an! Flexi, ich hab wieder das gleiche an wie der Vormann. Mann, das geht jetzt! Was ist denn hier los? So, wir müssen nochmal... Noch mal! Drei, zwei, eins! Haha, ey, jawohl! Das hat geklappt, Flexi, Mann! Das bedeutet, ich werde heute Lila essen! Und ich Orange 24 Stunden lang! Oh mein Gott! Dann brauchen wir jetzt nur noch Lebensmittel für 24 Stunden in unseren beiden Farben, Orange und Lila, Leute! Und so kriegen wir das! Flexi, lass uns keine Zeit verschwenden, let's go! Nein, warte, Cash, ich will doch jetzt die neue Season von Fortnite zocken! Denn die neue Fortnite Season 8, Würfelwahnsinn, ist endlich da! Und obwohl die Alien-Invasion vielleicht nicht nach Plan verlaufen ist, müssen wir uns jetzt mit einer Monster-Invasion auseinandersetzen! Nach der Zerstörung des Mutterschiffs sind überall auf der Insel Würfel abgestürzt, die das Mutterschiff angetrieben haben! Sie verbreiten Verderbnis und erschaffen Portale zur dunklen, von Monstern regierenden Kippwelt! Kämpfe für das fortbestehende Insel, bevor es zu spät ist! In jedem Match triffst du auf einen neuen Ort, der von der Kippwelt bedroht wird, oder Portale, die dich in die Kippwelt ziehen werden, wenn du ihnen zu nahe kommst! Sobald du in die Kippwelt gezogen wurdest, musst du Würfelmonster besiegen, um Kippwelt-Waffen oder besondere Loot-Gegenstände zu erhalten! In dieser mysteriösen Welt gelten andere Regeln, wie du sie kennst! Du kannst nichts bauen und es herrscht eine geringe Schwerkraft! Während du gegen die Würfelmonster kämpfst, kannst du keine Kippwelt-Kisten öffnen, um die Waffen aus dieser Welt zu erhalten! Wie zum Beispiel das Kippwelt-Gewehr oder die Kippwelt-Minigun! Aber auch Cartoon-Fisch hat das Schwarz-Weiß-Denken satt und will in dieser Würfelwelt seine Kreativität ausleben! Mit dem Battle Pass von Kapitel 2 Saison 8 kannst du den Freigast Cartoon-Fisch freischalten! Sammle die ganze Saison lang Farbflächen und Regenbunkt-Tinte und verpasse deinem Cartoon-Fisch das Aussehen nach deinem Geschmack! Und wenn du jetzt mit mir und Flexi zusammen Fortnite zocken willst, klicke jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung und downloade dir die neue Fortnite Season 8! Und hole dir jetzt noch den Battle Pass! Und Gamen, hast du jetzt auch Bock, Fortnite zu zocken? Natürlich Flexi, ich hab mir den neuen Battle Pass Würfelwahnsinn schon runtergeladen, Freunde! Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und wenn ihr jetzt auch den neuen Battle Pass Würfelwahnsinn zocken wollt, klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung, Freunde! Einfach draufklicken, wer von euch zockt denn auch alles Fortnite? Schreibt jetzt in die Kommentare, los, Fortnite! Aber Flexi, wir müssen jetzt die Challenge machen und danach zocken wir! Und danach zocken wir! Los! Flexi, weißt du, was mir eigentlich aufgefallen ist? Was denn? Dass du die gleiche Farbe an hast wie der Würfel aus dem neuen Fortnite Battle Pass, Alter! Oh mein Gott, stimmt, Lila, wie der krasse Würfel von Fortnite! Hey, alles ist heute Würfelwahnsinn! Oh mein Gott, los, Fortnite! Nice! Auf geht's, starten wir uns den Einkaufswagen, Freunde! Wir sind jetzt hier und wir fahren auch schon direkt die ein oder anderen guten Sachen auf, wie zum Beispiel! Orangen! Wer von euch kann jongliert? Ich kann's nicht, aber die kommen hier rein! Oh, halt, warte doch! Leckige Pflaumen, schau mal! Oh, die sehen genauso aus wie dein T-Shirt, Mann! Oh mein Gott, wie der Vorteilwürfel! Perfekt, let's go, rein damit! Oh mein Gott, Freunde, Karotten, Karotten! Dann nehm ich die Aubergine hier! Und ich nehm zwei orangene Paprikas! Oh mein Gott! Flexi, halt! Guck mal, was ich gefunden habe! Ja, das sind Zwiebeln! Lila ne Zwiebeln, Mann! Lila ne Zwiebeln, Mann! Lila ne Zwiebeln, Mann! Doch, die kommen rein, Leute, oder? Ey, wenn ihr wissen wollt, wie Flexi die ist, schaltet nicht ab, Mann! Jetzt hier rein! Und gebt einen Daumen nach oben! Let's go! Krass! Ein Linen in den Salat? Her damit! Smoothies in unserer Farbe, Freunde! 24 Stunden! Und für mich leckeren orangenen Räucherlachs! Oh, krass! Leute, guck mal, was hier liegt, Mann! Das ist ein süßes Gericht in unserer Farbe! Weiter geht's! Oh, guck mal, immer noch! Ey, Alter, da liegt noch was! Ey, da liegt noch was, ey! Da liegt noch was, ey! Die ganzen Sachen! Oh mein Gott! Guck dich das an! Lilan, Zuckerbonbons und Roche! Perfekt, damit wir uns aber nur die besten wieder rauskriegen! Weiter geht's! Freunde, Mann! Ich brauche noch was zu trinken! 3,05 Liter Tropical-Rose! Das ist perfekt, Mann! Hey! Dann bleibt mir nichts anderes drüber, als einen Johannes-Ber-Nektar zu trinken, oder? Perfekt, Mann! Du hast weniger als ich! Ich glaube, ich werde nicht verdursten! Schaut mal her, Freunde! Unser Einkaufswagen ist schon richtig voll! Ich würde sagen, das reicht doch für 24 Stunden! Es gibt noch einen krasser Nachtisch! Nachtisch holen wir uns jetzt noch, Fleck! Ey, ich hab schon weißabteilung! Verdamm, Lila! Leute, mal guckt euch das an! Richtig lecker! Richtig geil, Lila! Rein damit! Und ich brauche auch noch einen Eis, oder? Und schreibt jetzt in die Kommentare! Was denkt ihr, was unser ganzer Einkauf kostet? Jetzt in die Kommentare schreiben! Irgendeine Euro-Zahl! Später lösen wir es auf! Also jetzt einfach in die Kommentare! Die Zahl, wie viel wir alles ausgegeben haben! Wie immer! Boah, perfekt, Freunde! Ich habe hier auch meinen Nachtisch gefunden! Ich werde nur das gelbe Eis essen! Aber jetzt vielleicht gehen wir zur Kasse! Auf geht's! Leute, Leute, Leute! Ihr dürft uns selbst in die Kommentare schreiben! Oh mein Gott! Was haben wir für alles ausgegeben? Für alles! Jetzt in die Kommentare! Hier ist der Kassenzettel! Und wenn ihr richtig legt, geben wir Herzen! Leute, flexi! Auf geht's! Ich habe so Hunger, man! Es ist 9 Uhr morgens! Ich will Frühstück! Kein Zeitgefühl, Leute! Oh mein Gott! So viel Essen! Das ist ja krass! Ich würde sagen, wir melden uns wieder zu Hause! Hier ist unser ganzer Einkauf für 24 Stunden! Und den bauen wir jetzt aus! Und so sieht unser ganzer Einkauf aus, Freunde! Ich würde sagen, eigentlich ein bisschen wenig! Aber immerhin alles vegetarisch, oder? Man muss sagen, fast bis auf den Lachs hier haben wir kein Tier auf dem Tisch liegen, sozusagen! Aber das bedeutet, wir werden uns 24 Stunden lang echt gesund ernähren! Heute haben wir schon einiges Gefühl! Und ich muss sagen, dafür, dass ich orange habe, habe ich echt wenig! Du hast ziemlich viel mal flexi! Ja, für Lila! Lila eine Sache! Und so was! Aber Leute! Wie immer! Ihr dürft jetzt nochmal jetzt in die Kommentare schreiben! Jetzt in die Kommentare schreiben! Wie viel haben wir für das Ganze ausgegeben? Und am Ende des Videos lösen wir es auf! Lösen wir es auf! Am Ende des Videos! Bleibt auf jeden Fall komplett dran! Bis alles! Aber ich habe Hunger! Frühstückszeit! Genau! Es ist nämlich jetzt 10.04 Uhr! Und ich würde sagen, flexi! Jeder sucht sich ein paar Sachen aus! Oh mein Gott! Was ist das? Ähm! Ich nehme leckere Pflaumen! Richtig gute Vitamine! Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! Bist du sicher, dass du nur Pflaumen essen willst? Klar, Cayman! Bin ich mir sicher! Von dieser ganzen Box werde ich hundertprozentig satt! Dann werde ich jetzt die Süßigkeiten essen! Bist du dir sicher? Süßes am Morgen schon wieder? Du hast recht! Beim letzten Video musste ich fast kosten! Nee, das war ich nicht! Dann esse ich eine gesunde Paprika! Und hier die Kum-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh! Wie? Ich habe keine Ahnung, Freunde! Was ist Kummer? Hauptsache, es schmeckt lecker, oder? Lecker, lecker, flexi! Dann würde ich sagen! Unser Frühstück steht! Ich muss sagen, so eine Paprika am Morgen richtig lecker! Oh ja! Paprika lecker! Gesund, gesund, gesund! Ah! Da klingt auch was! Wir sind nicht gemein, Freunde! Wir sind richtig lecker! Der macht mit bei der Challenge, he? Und die Pflaumen sind auch sehr lecker! Kennt man, Pflaumen mega langweilig! Ich finde spannend, wie Kumquatz schmeckt man, wie man die isst! Hier ist eine Schale drum, sie sind ausgekleine Mini-Mandarin, Freunde! Macht man die Schale nicht davor ab? Doch, aber ich beiß einmal so rein! Aha! Guck so! Mr. Kemen is einfach die Schale mit wie immer! Kumquatz aus Südafrika! Boah! Boah! Boah, sie ist sauer! Gutes Frühstück, oder nicht? Hä? Ja, ist noch ein paar! Was scheint das? Kumquatz sind sauer, aber jetzt kommt die Süße raus! Wie krank sind diese Früchte? Aber das reicht mir auch schon! Zu viel sauer, süß, Paprika, salz... Wir essen noch ein bisschen und würden sagen, wir sehen uns am Mittag wieder, oder? Noch gleich, Freunde! So Leute, jetzt ist Mittagszeit und ich werde jetzt hier aus dem leckeren Rotkohl einen richtig krassen Würfel schneiden, wie bei Fortnite! Würfelwahnsinn! Und ab geht der Rohlkohl! Oh mein Gott, das ist schon ein richtig krasser Würfel, wie bei Fortnite! Ach Leute, schaut unser letztes Video an, da wurde ich und Kemen zum Werwolf! Wenn ihr das sehen wollt, um 3 Uhr nachts, dann klickt jetzt hier oben in die Infokarte! Das war so krass, aber jetzt weiter zum Essen! Lexi, was machst du denn da? Ach, ich schreib mir grad einen richtig geilen Würfel aus dem Rotkohl hier! Ey, das sieht aus wie Würfelwahnsinn von Fortnite! Ja, ganz genau, das war mein Ziel! Weil es schmeckt am besten und es lässt sich auch am besten zocken spielen! Alter, zeig mal den Würfel! Schau dir mal jetzt den Würfel an! Ey, krass! Würfelwahnsinn! Ey, da haben wir Flexi! Die neue Season ist doch am Start! Wenn du jetzt was Mittag isst, dann will ich jetzt auch was Mittag essen! Auf, gut essen! Mein Würfel ist fertig! Richtig lecker aus! Du isst deinen Würfel hier! Oh mein Gott! Ey, es ist meiner! Eine Farbe! Ich esse meinen leckeren, orangenen Lass! Wie bei Fortnite! Und als Nachtisch noch so Süßigkeiten und Fortnite! Würde ich mal sagen, Flexi guten Appetit mit einem Fortnite! Oh, Würfelwahnsinn! Können wir mal sehen? Mh! Mh! Lecker! Oh mein Gott! Ich bin ein ganz neuer Skin! Flexi die Maschine! Krass, Mann! Du bist ein richtiger Cartoon-Fisch! Und ich gönn mir richtig leckeren Räucherlachs, Freunde! Mh! Es gibt doch nichts geileres, Mann! Flexi, da kannst du richtig abstinken mit deinem Rosenkohl, Mann! Ich hab einen Fortnite-Würfel! Da hast du ja keine Ahnung! Das Beste, was es gibt, klickt jetzt auf den Donut-Code und ladet euch Fortnite die neue Fiese runter! Erster Link in der Beschreibung, Freunde! Aha, hast du Nachtisch? Da gönn ich mir jetzt mal leckere so Zuckerstangen in orangener Farbe, Freunde! Guckt sie euch an! Mh! Was, gleich vier auf einmal? Typischer Cayman! Gib mal einen Daumen hoch für Cayman! Junge, Junge, Junge! Schreibt mal jetzt Zucker in die Kommentare hier! Was soll ich sagen? Ich hab echt kein Wort verstanden, was Cayman gesagt hat! Der hat so einen vollen Mund! Aber ich glaube, er wollte sagen, wir sehen uns zum Abendessen wieder und genießen die Zeit mit uns beiden! Leute, man, jetzt haben wir kurz nach 16 Uhr und es ist Mittag, aber irgendwie fehlt die Sonne! Typisch Deutschland! Ist der Sommer vorbei? Ich glaube schon, deswegen habe ich mir den Sommer hergeholt! Mit ein bisschen Tropical Brause, Alter! Oh, du hast so viel zu trinken, Mann! Und eine geile Karotte! Ich hab Zwiebeln nach richtig cooles Mittagessen, oder? Lecker, Flexi! Du hast dich dafür entschieden! Selber Schuld, Mann! Zwiebeln! So einfach reinbeißen, oder was? Aber die sind lila, oder? Ah! Die sind sogar hier in den Trink! Kannst du es nicht, Flexi? Ich brauche was zu trinken! Das ist meins! Das ist meins! Du kannst reingehen und Wasser trinken! Gib mir deinen Trink an! Ey! Was ist das? Ey! Was? Boah! Aufleck! Ich brauche was zu trinken! Toll! Scheiß auf das Mittagessen! Alles wegen dir, Mann! Alles aufleck! Ich wollte das hier ganz gemischen! Das brennt komplett ins Auge! Ess dir mal eine Zwiebel! Gib mir jetzt einen Daumen nach oben! Hä? Lucky? Ich glaube, ich habe meine Karotte geknommen! Also ich muss sagen, das war das beste Mittagessen, das ich je hatte! Ironie auf! Lecker, lecker, lecker! Ja, Kevin, was machst du denn da? Ich lese einen guten Schinken! Was denn gut? Ah! Ein gutes Buch! Ein gutes Buch! Aber hallo! Es ist 20 Uhr! Abendessenszeit! Ich hab dir auch schon alles mitgebracht! Wir beide mit unseren Farben! Ein Smoothie für mich! Und eine Orange! Es gibt doch nichts Leckeres! Ein Smoothie für mich! Und was Süßes zum Abend für mich! Okay! Hab euch den ganzen Tag noch nichts Süßes gegessen! Perfekt! Setzen wir uns Flexi! Komm, setz dich! Setz dich! Dann wünsch ich dir mal einen guten Appetit Flexi! Es ist schon dunkel draußen! Du hast recht! Es wird jetzt schneller dunkel! Hey, was machst denn du? Ich hab kein Messer! Du hast kein Messer mitgebracht! Ich dachte, dieser Cayman ist immer alles mit Schale! Was geht bei dir? Egal welche Challenge wir machen! Orange versus Lila! Muss ich sagen! Ist nicht schlecht, oder? Wirklich auch gut! Man ernährt sich dieses Wochenende wirklich sehr gesund! Und man nimmt kein Kilo zu, Leute! Man nimmt höchstens ab! Nee, das ist echt krass! Bis auf das jetzt! Dann nimmst du natürlich zu! Hey! Ganz gesagt, nicht Süßes gegessen! Also bitte! Hey! Wie wieder schmeckt es sogar noch besser! Gib mal jetzt einen Daumen hoch für Lila! Gib mal lieber einen Daumen hoch für Orange! Was würdet ihr lieber essen? Eher Orangenes essen oder Lilanes essen? Lilanes! Stimmt! Gib mal einen Daumen hoch für Lila! Nee! Du hast schon gesagt, Lilanes! Er hat zugegeben! Lila ist das bessere Essen! Ah! Lecker! Richtig lecker! Und noch ein bisschen Orange! Was hast du hier mitgebracht? Oh! Das sind Bonbons! Ich dachte so zum Nachtisch! Aber halt! Es gibt eine Fraktion hier! Es sind verschiedene Farben! Es sind verschiedene Farben! Ich hab hier ein Lilanes! Hab ich Bock drauf! Ich nehm hier so ein Orangenes! Jetzt will ich auch hoffen! Noch Orangener! Gibt's das? Lecker, lecker, lecker! Was machst du denn da wieder? Ein Schink und Brocken weiterleben! Nein! Das ist doch nicht gut! Lieber zocken wir eine Runde Fortnite! Du hast recht, Mann! Weißt du was? Wir gehen jetzt hoch und zocken Fortnite, oder? Eben! Jetzt auf den Link klicken! Ja, Mann! Victory! Erster Applaus für Fortnite, Leute! Wie geil ist es, Leute! Wie haben sie euch gesagt? Danke fürs Dableiben! Einmal nachts! Und wir lösen sich auf, wie viel wir das Ganze ausgegeben haben! Was haben wir alles ausgegeben für die ganzen Essenssachen? Achtung! 39 Euro und zwei Trank, meine lieben Freunde! 39 Euro! Hammer, Leute! Haben uns gesund ernährt, oder? Und der neue Battle-Passel-Fortnite-Würfelwahnsinn! Einfach der Hammer, Leute! Ey, dieser Fortnite ist so krasse Action! Klickt da drauf und holt euch den Link, Mann! Holt euch das Ding! Wir zocken Tag und Nacht! Tag und Nacht! Tag und Nacht! Ich will auch mal, ich will mal, ich will, ich will, ich will, ich will! Ja 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 ja!